hallo und herzlich willkommen zu Unifor Speed Veranda Multiplayer freue mich dass ihr eingeschaltet habt und ja wir sind hier in der Spielliste es geht wieder normalerweise nichts auf ich mach mal jetzt mal Just Verfahren mal Test mit schnellem Spiel schauen wir mal ob ich jetzt mal in eine andere Lobby reinkomme nö komme ich nicht aber ja weil wir sind die letzten folgen mit diesen Leuten zusammengefahren wir haben mittleren Westen so dann Machen wir mal fort GT Action oder also jetzt nicht wundern ich starte etwas später von Gaben 1 so 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 Gut. Keinem einen Zehhn, einfach dagegen. Ich bin jetzt noch Ding geworden. Vierter. Ja, okay, bin fünfter. Naja, es geht. Mei, ich bin jetzt schon wieder dazugecheuert. Das ist jetzt normal. Also, Fiefer, man wisst. Ist okay. Ich war punktgleich sogar mit ihr. Also, es war Kopf an Kopf. Ja, aber sie hat's Bär gewonnen. Wahrscheinlich war das Bär ein Fotofinish. Na gut, 455 im Rennen erhalten die P. Wehtzünder hat ihm auf den Spielteil genommen. Ja. Ja. Als nächstes haben wir den Überland Highway Ost. Da kann sich so etwas ändern. Ja, das ist dann. Ja, das ist dann. Ja, das ist dann. Ja, das ist dann. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute nicht gewollt. Ähhh. Fünfter nicht gut. Hat's mich gegen Ende rausgehauen, Alter. Gegen Ende habe ich so viel verloren. 1090 Jahre alt. Die IP. Naja, es ist schön. Sehr schön. Bringt mir nur nichts. Leider. Weil das war eine deprimierende Fahrleistung. Aber dritter. Naja. Gesamtwertung gehen. Lass uns doch eingehen. Okay, dann dritter Platz 2000. Und, ah. Profil-Symbol habe ich noch freigeschaltet. Nett. Ja, dann bedanke ich mich heute mal fürs Zuschauen. Heute mal eine kürzere Folge. Heute mal eine kürzere Folge. Aber die nächsten Folgen werden wieder länger. Das garantiere ich euch. Im Multiplayer. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Oder egal, wann ihr dieses Video schaut. Bewertung da lassen. Kommentar wäre auch nicht schlecht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Will ich mal sagen. Also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.